Zahn-Brain-Viertel-Ziken gehören zu den häufigsten zahnarztlichen Behandlungen, die zur Wiederherstellung eines Chanin-Lachellens und zur Verbesserung der Mundgesundheit eingesetzt werden. In diesem Video werden wir genauer darauf eingehen, was eine Zahn-Brain-Viertel-Zekai ist, wie sie funktioniert und warum sie verwendet wird. Eine Zahn-Brain-Viertel-Zekai ist eine feste Prothese, die dazu dient, eine oder mehrere fehlende Zetahni zu ersetzen, indem sie an den benachbarten Zetahni ihnen befestigt wird. Es gibt verschiedene Arten von Zahn-Brain-Viertel-Zeken, ein schwererlich traditioneller Zahn-Brain-Viertel-Zeken, implantabgetragener Zahn-Brain-Viertel-Zeken und Maryland-Brain-Viertel-Zeken. Der Zahnarzt wird je nach individuellem Fall die passende Art von Zahn-Brain-Viertel-Zekai empfehlen. Der Hauptzweck einer Zahn-Brain-Viertel-Zekai ist es, den Kieferknochen und das Zahnfleisch zu scheinviertelziehen, die dabei helfen, die Form und Funktion des Gebisses zu erhalten. Wenn ein Zahn fehlt, kann dies zu Problemen wie Knochenabbau, Zahnverschiebungen und Kau- und Sprachschwierigkeiten F1-Viertel-Rennen. Durch die Platzierung einer Zahn-Brain-Viertel-Zekai kann ihn diese Probleme vermieden und die natalienviertelische Ausrichtung der Zetahni wiederhergestellt werden. Eine Zahn-Brain-Viertel-Zekai besteht aus mehreren Komponenten, darunter Kronen, die auf den benachbarten Zetahininen platziert werden, und einem K-1-Viertel-Nestlichen-Zahn oder mehreren Zetahininen, die die La-1-Viertel-Zekai-F1-Viertel-Len. Die Kronen dienen als Ankerpunkte F1-Viertel-R-D-Brain-Viertel-Zekai und halten sie sicher an ihrem Platz. Die K-1-Viertel-Nestlichen Zetahni werden individuell angefertigt, um perfekt in das Latschellen des Patienten zu passen und eine natalienviertelische Arztetik zu gewahrerleisten. Der Prozess der Platzierung einer Zahn-Brain-Viertel-Zekai beginnt mit einer G-1-Viertel-Ländlichen Untersuchung und Diagnose durch den Zahnarzt. Anschließend werden die benachbarten Zetahni vorbereitet, indem sie leicht abgeschliffen werden, um Platz F1-Viertel-Lehr die Kronen zu schaffen. Nachdem die ab 3-1-Viertel-Zekai genommen wurden, wird die Bra-1-Viertel-Zekai im Labor hergestellt. Sobald die Bra-1-Viertel-Zekai fertig ist, wird sie vom Zahnarzt-Sorg-Fail-TG angepasst und befestigt. Die Pflege einer Zahn-Brain-Viertel-Zekai ist ähnlich wie die Pflege Natalienviertel-Richer Zetahni. Es ist wichtig, regelmaig zu B-1-Viertlers denn, zu Spainviertel-Lin und Zahnseide zu verwenden, um die Bra-1-Viertel-Zekai sauber zu halten und Zahnbelagansammlung zu vermeiden. Da reinvierte BER hinaus sollten regelmaige Besuche beim Zahnarzt zur Albe-Brain-Viertelfung der Bra-1-Viertel-Zekai und zur Vorbeugung von Problemen wie Caries und Zahnfleisch-Anzahn-Viertländungen durch Gefahr-1-Viertel-Haiati werden. Es gibt viele G-A-1-Viertlände, warum eine Zahn-Brain-Viertel-Zekai verwendet wird. Einer der Haupt-Grain-Viertlände ist die astetische Verbesserung des Lachellens. Durch das Schliehen von La-1-Viertel-Zeken und das Wiederherstellen des natalienviertelrichen Aussehens der Zahn-Haiati kann eine Zahn-3-Viertel-Zekai das Selbstvertrauen und das Wohlbefinden des Patienten verbessern. Da reinvierte BER hinaus kann eine Zahn-3-Viertel-Zekai dabei helfen, Zahnfehlstellungen zu korrigieren und die Kauffunktion zu verbessern. Zahn-3-Viertel-Zeken sind auch eine kostengeinviertländische Gelassung F-A-1-Viertel-Lehr den Ersatz von fehlenden Z-H-Ninen im Vergleich zu anderen Optionen wie Implantaten. Da die Platzierung einer Zahn-3-Viertel-Zekai weniger invasiv ist und weniger Behandlungszeit erfordert, ist sie eine beliebte Wahl F-A-1-Viertel-Lehr viele Patienten. Da reinvierte BER hinaus sind Zahn-3-Viertel-Zeken langlebig und kann ihn jahrelang halten, wenn sie richtig gepflegt werden. In einigen F-A-Len kann eine Zahn-3-Viertel-Zekai auch dazu beitragen, das Risiko von weiteren Zahnproblemen zu reduzieren. Durch das Schliehen von La-1-Viertel-Zeken und das Wiederherstellen des Nata-1-Viertel-Richen-Bisses kann ihn Zahn-3-Viertel-Zeken dazu beitragen, den Druck gleichmaig auf die Z-H-Ni zu verteilen und so das Risiko von Kiefergelenksproblemen und Zahnverschiebungen zu minimieren. Insgesamt sind Zahn-3-Viertel-Zeken eine effektive und beliebte Option F-A-1-Viertel-Lehr den Ersatz von fehlenden Z-H-Ninen, die sowohl die Arzt tätig als auch die Funktionalität des Gebisses verbessern kann ihn. Indem sie die nata-1-viertel-Riche Ausrichtung der Z-H-Ni wiederherstellen und Probleme wie Knochenabbau und Zahnverschiebungen verhindern, tragen Zahn-3-Viertel-Zeken dazu bei, die Mundgesundheit und das allgemeine Wohlbefinden des Patienten zu erhalten. Wenn sie Probleme mit fehlenden Z-H-Ninen haben und eine dauerhafte Lassung suchen, kann die eine Zahn-3-Viertel-Zekai die richtige Option F-A-1-Viertel-Lehr sie sein. Sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt A-1-Viertel-BR ihre Magglichkeiten und finden Sie heraus, ob eine Zahn-3-Viertel-Zekai F-A-1-Viertel-Lehr ihre spezifischen B-A-1-Viertel-Lehrnisse geeignet ist. Mit der richtigen Pflege und regelmaigen Kontrolluntersuchungen kann Ihnen Zahn-3-Viertel-Zeken dazu beitragen, Ihr Latschellen wiederherzustellen und Ihre Mundgesundheit zu verbessern. Zahnarzt A-1-Viertel-Zekai F-A-1-Viertel-Lehr